Ich bin seit drei Jahren bei Nexaro. Ich bin verantwortlich für den Bereich Operations und zusammen mit meinem Team kümmere ich mich zum Beispiel um die Logistik, um das Qualitätsmanagement und den Kundenservice. Nachhaltigkeit ist uns bei Nexaro extrem wichtig. Zum einen natürlich die ökologischen Aspekte, ganz klar von der Produktion über die Logistik bis hin zum Einsatz unserer Produkte auch beim Kunden. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten zusammen, um alle Aspekte des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes zu erfüllen und was uns auch besonders wichtig ist, die Qualität unserer Produkte. Darauf legen wir wirklich ein Hauptaugenmerk, auch die einfache Austauschbarkeit von Ersatzteilen, von Verbrauchsmaterialien, um wirklich einen optimalen Einsatz vor Ort beim Kunden zu garantieren. Nachhaltigkeit sehe ich hier wird immer wichtiger. Es ist kein Trend, kein Trend mehr und hat sich wirklich auch gemausert vom Nice-to-have hin zum Must-have. Was ich auch ganz häufig habe, ist Kundinnen und Kunden, Interessenten am Stand, die explizit nachfragen, wie wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie gestalten und wie wir zum Beispiel den einfachen Austausch von Verbrauchsmaterialien, die Reparierbarkeit, aber auch die Materialverwendung entsprechend sicherstellen. Was mir aber auch aufgefallen ist zum Thema Nachhaltigkeit, ist die wesentlich diversere Besucherinnen- und Besucherstruktur dieses Jahr, verglichen mit der Interclean vor zwei Jahren. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Es ist sehr zukunftsweisend und spiegelt auch die Diversität in unserer Bevölkerung wieder und innerhalb der Arbeitsbewegungen. Ich habe tatsächlich zwei Lieblingsfeatures. Das erste ist unsere Verpackung, an der wir sehr, sehr lange auch gearbeitet haben. Die ist optimiert auf Nachhaltigkeit und vereint wirklich nachhaltige Materialien mit dem mindestmöglichen Materialaufwand. Und als zweites unser ergonomisches Design. Besonders fällt mir da ein die Push-Push-Lösung, was wirklich den Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und den Einsetzern vor Ort garantiert, dass sie möglichst ergonomisch unseren Roboter auch bedienen können. Nexago, secure your success.